Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Ich möchte euch heute vorstellen, wie ihr schönen und sauberen Python-Code schreiben könnt. Und dazu möchte ich euch einige Tools vorstellen, die es so gibt. Und dazu allererst, Python ist einfach so eine geniale Sprache, dass es überhaupt so viele Open-Source-Tools gibt, die auch so viel können. So, darauf können wir jetzt anfangen. So, ich habe jetzt hier eine leere Python-Datei und wir schreiben jetzt einfach mal ein bisschen Python-Code, der möglicherweise nicht ganz so schön aussieht. Und dann schauen wir uns ein paar Tools an, die uns möglicherweise helfen können. So, fangen wir mal an. Sagen wir mal, wir wollen jetzt gleich, weiß nicht, NumPy verwenden. Wir wollen aus US irgendwas verwenden und, weiß nicht, wir wollen aus Random irgendwas verwenden. Oder wir denken zumindest, wir wollen aus diesen drei Bibliotheken was verwenden. Jetzt fangen wir mit irgendeiner Variable an. Ich nenne die mal a und das ist auch, ich habe mir was gedacht, warum ich die a genannt habe. Wartet ab. a ist gleich random.random und dann sage ich b ist gleich a mal a und ich sage, ich mache eine Funktion, die nenne ich f von a und da return ich b. Okay. So, wenn man diesen Code jetzt sieht und sich ein bisschen mit Python auskennt, wird man sich denken, was machst du da für ein Quatsch? Darauf will ich jetzt hinaus. Also ich habe jetzt einfach einen Quatsch-Code geschrieben, der unschön ist, unsauber ist und nicht ganz richtig ist, um jetzt euch die Tools zu zeigen, die euch das anzeigen können. Und dafür müssen wir jetzt erstmal ein paar Sachen installieren mit pip und ich öffne dafür kurz mal das Terminal. So, wir brauchen jetzt ein paar Tools. Nehme ich zuallererst pylent. Dafür sage ich jetzt pip install pylent. Dann sage ich pip install flake8. Ich sage pip install isort. Und ich sage pip install auto pep8. So, das sind jetzt die Tools, die einem jetzt enorm weiterhelfen können. Und ich fange mal mit dem ersten Tool an. Das war ja pylent. So, dann mache ich die Konsole einmal kurz leer. Pylent können wir aufrufen, indem wir jetzt in der Konsole schreiben pylent und dann eine Python-Datei angeben. Wenn wir jetzt aber erstmal pylent-h eingeben, würden wir sehen, was für Command-Line-Arguments oder was für Optionen wir jetzt hier hätten. Und das Wichtige ist, man kann jetzt hier halt gleich eine Python-Datei übergeben oder einen ganzen Ordner übergeben. Und dieser pylenter würde unseren Code analysieren und a. nach Unsauberkeiten im Coding-Stil suchen und nach potenziellen Fehlerquellen im Code suchen und uns Vorschläge geben, an welcher Stelle man was anders machen sollte. Dabei muss man jetzt aber beachten, bei diesen Vorschlägen sagt er jetzt nicht explizit, was man machen soll, sondern steht meistens eher nur, hey, die Stelle könnte anders gemacht werden. Also das Tool ist jetzt auch nicht allmächtig, aber hilft einem dennoch. Und wenn ich jetzt eine Datei übergeben will, das schreibe ich einfach pylent und wenn ich jetzt schon im richtigen Ordner bin, kann ich den Dateinamen dann direkt übergeben. Und das Tool würde uns jetzt hier eine Reihe von Warnungen bzw. von Nachrichten ausgeben. Diese Warnungen schräg durch Nachrichten haben verschiedene Kategorien, die durch den ersten Buchstaben hier gekennzeichnet sind. Das C würde zum Beispiel für Convention stehen, das W für Warnung und da wird es noch ein paar andere Kategorien geben für F für Fatal oder R für Recommendation. Und da hätten wir danach noch irgendeine ID davon und ganz am Ende hätten wir in der Klammer den Namen der ID. Also hier am Anfang würden wir sehen, in der Datei main.py in Zeile 1 anstelle Spalte 0 hätten wir jetzt die Nachricht 10.0.1.1.4 bekommen und diese sagt, hier fehlt ein Dockstring für das Modul. In Klammern MissingModuleDockstring. Dann als nächstes hätten wir die Warnung in Zeile 10. InvalidName, FunctionNameF doesn't conform to SnakeCaseNamingStyle, genauso wie bei der Variable A und so weiter und so fort. Also uns hätte jetzt der Pylenter ausgegeben, hey, das ist nicht ganz so gut. Erstmal die Namensgebung ist nicht explizit genug, das sind einzelne Buchstaben, das ist Quatsch. Dann, was hätten wir hier genau, RedefiningNameA from Out of Scope. Hier sagt er uns, das ist vielleicht nicht so schön, weil du übergibst hier eine Variable A oder du hast den Parameter A, aber es gibt eine globale Variable, die schon A heißt. Und überdenkt das vielleicht nochmal, ob das wirklich so gut verständlich ist für die Leser. Dann wird hier noch stehen, dass NumPy gar nicht verwendet wurde, es wurde OS nicht verwendet, es wurde random verwendet, aber hier sagt er jetzt, das sollte anders sortiert werden, denn es gibt auch von den Coding Guidelines die Sortierung erst die Standard Library, dann Drittpakete und dann die eigenen Pakete. In der Reihenfolge, da werden wir gleich noch ein Tool verwenden, was uns das beseitigt, sage ich mal. Und er hätte jetzt hier gesagt, der Code bekommt eine Bewertung von 1,43 von 10 möglichen Punkten, was nicht allzu gut ist für 11 Zeilen Code. So, das heißt, zuallererst hätte er jetzt gesagt, zum Beispiel das Paket OS wurde nicht verwendet. Wenn ich das jetzt entferne und den Pylinder nochmal ausführe, würde die Warnung dann verschwinden und wir würden einen leicht besseren Score bekommen. Gut, dann könnten wir jetzt die anderen Sachen noch ändern, zum Beispiel das A benenne ich jetzt mal zu myValue, auch wenn das vielleicht nicht ein deutlich besserer Name ist, aber sagen wir jetzt mal, das wäre ein besserer Name, aber bei der Funktion lasse ich jetzt das A. Dann würden auch die beiden Warnungen verschwinden und wir wären jetzt schon bei 5 von 10 möglichen Punkten. So, Pylint ist jetzt ein Tool, was man dafür nutzen kann. Das ist in Fouls Code auch eingebaut oder beziehungsweise man kann es aktivieren. Man kann alles aktivieren, was ich jetzt gleich zeigen werde. Ich gehe jetzt dafür schon mal in die Settings, das Zahlrad Settings und dann gebt ihr mal Python Lint ein. Und dann könnt ihr den Haken bei, erstmal bei Linting Enabled im Generellen setzen, ob das Linting Enabled werden soll. Dann könnt ihr bei Flake 8 schon mal einen Haken setzen. Ihr könnt bei, gucken wir mal kurz, bei MyPy könnt ihr einen Haken setzen. Das will ich gleich auch nochmal zeigen. Ja, da könnt ihr einen Haken setzen. Und bei, jetzt müssen wir ein bisschen weiter scrollen. Bei Pylint sollte jetzt gleich auch kommen, sollten wir auch einen Haken setzen, nur hier bei Pylint. Und das war es an der Stelle. So, jetzt können wir nochmal Flake 8 ausführen. Flake 8 ist auch ein Linting Tool, was sich ein bisschen mehr auf den Stil des Codes fokussiert. Ja, also Pylint fokussiert sich auch auf den Stil ein bisschen, aber auch auf diese Recommendations, wo er sagen würde, Hey, das ist vielleicht nicht ganz so gut, ändere das an der Stelle oder das mit dem Import, das wird nicht genutzt und so weiter und so fort. Flake 8 konzentriert sich ein bisschen mehr darauf, ja, auf den Stil einfach. Und Flake 8 besteht aus drei Unterpaketen, nämlich Maccape, Pydoc Style und Piflakes. Und wenn ich jetzt Flake 8 aufrufe, kann ich sagen, Flake 8 und den Dateinamen. Ups, das ist jetzt falsch. So, Flake 8 und den Dateinamen. Jetzt, wenn man auf Flake 8 schreiben würde. So, meine Güte. Und hier hätte er jetzt gesagt, in Zeile 1 hätten wir die Nachricht F401, auch wieder irgendein Error-Code. Aber hier hätten wir noch die Beschreibung, zu Glück, ja. NumPy SMP imported but unused. Und er würde hier sagen, in Zeile 8 expected two blank lines found one. Denn per Coding Guidelines wird auch empfohlen, nach den ganzen Imports zwei Zeilnummerüche zu machen, um das ein bisschen klarer zu trennen. Das heißt, den Fehler hätte ich behoben. Gucken wir mal kurz. Ah, er will das jetzt auch hier vor, oder Zwischenfunktionen will er das auch haben, zum Beispiel. Jetzt wäre der Fehler, jetzt wäre der Fehler beseitigt. Und dass wir den Import haben, der noch nicht verwendet wird, das ist auch richtig. Den können wir auch entfernen jetzt selber. Oder wir können ein Tool nutzen, was sich IceRod nennt. IceRod ist ein Tool, was sich eure, ja, Imports anschaut und in diese logischen Kategorien unterteilt, die ich gerade angesprochen habe. Also wenn ich jetzt nochmal ein paar weitere Imports hinzufüge und sagen wir mal, wir haben jetzt noch eine weitere Python-Datei, den nenne ich mal Module. Und aus der will ich jetzt, weiß nicht, die Variable m importieren. Könnte ich ja schreiben, ich mache das mal vielleicht ganz oben. So, jetzt hätte ich ja hier kreuz und quer diese Kategorien vermischt und mit IceRod kann man das jetzt sortieren. IceRod ist auch in Faustcode eingebaut, wenn ihr die Python-Erweiterung installiert habt. Davon bin ich jetzt ausgegangen die ganze Zeit. Dann könntet ihr mit Rechtsklick auf Sort Imports klicken. Ihr könnt das aber auch im Terminal selber ausführen. Also wenn ihr einfach schreibt IceRod und den Dateinamen, würde er die Datei fixen. Nämlich in das Feld Standard-Library-Imports als erstes, beziehungsweise eigentlich würde als erstes Future Imports kommen. Wenn man das schreiben könnte zumindest. Division, so. Wenn wir das jetzt hier nochmal ausführen in der Konsole, hätte er das jetzt hier dementsprechend sortiert. Als erstes kommen die Future Imports, dann kommt die Standard-Library, dann kommt die Third-Party und dann würden unsere eigenen Dateien, unsere eigenen Module kommen. Das heißt, mit diesem IceRod kann man sich einerseits die Imports sortieren. Was da auch nochmal ganz praktisch ist, wenn ich mir jetzt aus irgendwas mehrere Sachen importiere. Und wir können es gerne nochmal kreuz und quer machen. Sagen wir mal from Collections Import. Ich nehme jetzt mal irgendwelche Sachen. So, ich habe jetzt einfach mal hier vier verschiedene Sachen genommen. Und wenn wir das jetzt nochmal sortieren, würde er auch, manchmal braucht er hier zwei Versuche, warum auch immer. Würde er, wenn das ab einer bestimmten Länge ist, jetzt brauchen wir doch noch eine größere Länge, würde er auch Zeilenumbrüche da reinpacken, beziehungsweise Klammerungen reinpacken. So, jetzt sollte das aber eigentlich reichen für die Länge. Genau, dann würde er hier einen Zeilenumbruch machen, wenn es zu lang wird. Also dieses IceRod-Tool ist auch ziemlich praktisch. Und mit IceRod-H könnte man sehen, was für Optionen da man wieder an der Stelle hat. Die könnt ihr euch gerne durchlesen auf den Dokumentationsseiten von den Tools. Einfach bei Google IceRod Documentation eingeben, da werdet ihr fündig werden. Vielleicht da jetzt als wichtige Option, die wichtigste Option meiner Meinung nach, ist das Minus M. Da kann man so ein Grid-Layout definieren, für wie er diese Multi-Line-Imports handeln soll. Also ob er eine Klammerung machen soll und wie er die allein soll. Und ich mache das mal mit Minus M gleich 1. Und das würde dann so aussehen, dass er das, also ein Imported-Item pro Zeile machen würde. Was ich persönlich am schönsten finde, aber da kann man auch drüber streiten. Also da kann man verschiedene Grid-Layouts wählen. Zwischen 0 und 10 hat man da die Auswahl. Ja, so würde die zweite Option aussehen. Vielleicht jetzt nochmal die dritte. So würde die dritte aussehen. Also das kann man sich da frei definieren. Also das ist das Tool IceRod. IceRod, wie gesagt, PyLint, FlakeAid war fürs Linting, IceRod für das Sortieren. Jetzt habe ich ja noch gezeigt, es gibt AutopapAid. Oder wir haben AutopapAid installiert, besser gesagt. Jetzt muss ich den Code mal wieder ein bisschen blöder machen. Wobei, wir haben noch die Variable B. Also wir haben ja noch, wenn wir jetzt FlakeAid zum Beispiel ausführen, haben wir immer noch ein paar Warnungen. So, auch ganz viele unbenutzte Imports und sowas. Und jetzt gibt es ein Tool, das nennt sich, oder das ist erstmal ein Formatting-Tool, was sich eure komplette Python-Datei anschaut und das dementsprechend umformatiert und Sachen besser alignt, dass es einfach ein schönerer Python-Code ist. Ja, wir könnten jetzt halt diese ganzen Warnungen oder Fehlermeldungen hier auch selber fixen. Es gibt aber auch Formatierung-Tools. Und das gibt es auch schon eingebaut in Faust-Code, aber man kann es auch im Command-Line wieder verwenden. Das wäre AutopapAid unter anderem. Also es gibt generell super, super viele Tools. Ich stelle es dir vor, die ich jetzt verwende. Wobei AutopapAid bei dem Formatting auch eines der meistverwendetsten ist, wenn nicht sogar das meistverwendetste aktuell noch. So, jetzt könnte ich schreiben AutopapAid und dann gebe ich die Datei wieder an. Und er hätte jetzt hier erstmal keine Änderung ausgeführt, sondern returned, wie er es ändern würde. Und wenn wir uns das mal anschauen, hätte er, so wie ich das glaube ich sehen würde, sogar gar nichts geändert an der Stelle. Wir machen jetzt mal ein paar Unsauberkeiten rein mit den Tabs zum Beispiel. Da machen wir vielleicht nochmal eine Variable C. Die ist gleich ganz viel Leerzeichen. Mal Value geteilt durch B. Und hier mache ich keine Leerzeichen zwischen dem, jetzt zwischen der mathematischen Operation, das würde dem auch nicht gefallen. So, jetzt spreche ich euch die mal ab. Jetzt führe ich es nochmal aus. Jetzt würden wir sehen, er würde schon mal zumindest die Leerzeichen hier entfernen, die Leerzeichen in der Klammer entfernen. Also er würde jetzt die Fehlermeldung, die wir jetzt sowieso hier von FlakeAid oder Pilot bekommen, entfernen. Wenn ich den jetzt ausführen will, das geht mit, also wir können mal gucken, was für Befehle wir da haben mit AutopapAid minus H. Das würde gehen mit InPlace, heißt das Argument hier, oder einfach minus I. Wir können schreiben AutopapAid minus I und dann den Dateiennamen. Dann hätte er das in der Datei geändert. Das heißt, er würde dann da schon mal einige Fehlermeldungen oder Unsauberkeiten besser. Es sind ja keine syntaktischen Fehler, dass der Python-Code nicht funktioniert. Es geht bei AutopapAid allein um den Coding-Stil. Der wird jetzt nicht Fehler von euch beheben. Zum Beispiel auch hier, dass wir noch Imports haben, die nicht verwendet werden, behebt er jetzt auch erstmal nicht. Und das wäre jetzt dann der Punkt zu AutopapAid, was wie gesagt hier schon mal ein paar Fehlermeldungen beseitigt. Das mit den Imports müssten wir jetzt an der Stelle zum Beispiel halt selber machen. Wenn wir die jetzt hier entfernen, tschüss, tschüss. Und wenn wir jetzt einmal NumPy verwenden wollen, dass wir das hier vielleicht nochmal hätten, könnten wir, ich will mal ein bisschen den Coding ändern, dass wir auch die Sachen noch verwenden von den anderen Imports. Sagen wir hier np.random.randint oder sagen wir nur random mal a. Ja, wenn wir jetzt hier nochmal Flag8 ausführen oder Pylant, würden wir an der Stelle weniger Fehlermeldungen bekommen. Ja, also jetzt hier wieder f und a sind wieder Namen, Namen, die nicht diesen Snake Case Naming Style haben, aber geschenkt. Aber man muss auch nicht alles jetzt hier immer irgendwie für bare Münze nehmen. Man muss auch nicht jede Fehlermeldung, man muss nicht jede Warnung beseitigen. Das sind ja nur gut gemeinte Vorschläge von den Tools. Und jetzt möchte ich nochmal MyPy vorstellen. Das hat mit Type Annotations zu tun, worüber man sowieso ein ganz eigenes Video machen könnte. Aber Type Annotations wurden ja jetzt eingeführt seit Python 3.5 ungefähr, werden die so wirklich richtig verwendet, sage ich mal. Und da gibt es das Tool MyPy, was man auch installieren müsste. Das kann man auch dann in VSCode selber aktivieren. Und MyPy ist einfach so ein Static Type Checker, der sich anschaut, ob die Typen, die ihr definiert, ja entsprechend sind. Also wenn ich jetzt sage, dass der Parameter A in der Funktion auf jeden Fall ein Float sein muss, würde er bei jedem Funktionsaufruf überprüfen, ob das ein Float ist. Also wenn ich jetzt sage, ich sage jetzt hier, MyName ist gleich Jan. Und das will ich in die Funktion F reingeben. Bräuchte der jetzt hier einen kleinen Moment. Und jetzt würde er sagen, hey, Argument 1 to F has incompatible type String. Weil der erwartet halt was anderes. Das heißt, dieser Type Checker kann euch super viel Arbeit abnehmen, weil er findet Fehler halt, bevor ihr das Programm ausführt und dann irgendwie einen Programmabbruch bekommt oder sowas, ja. Also es ist schon ganz praktisch mit diesen Type Annotations. Auch hier könnte man das machen, dass ich sage, das ist auf jeden Fall ein String. Dann könnten wir noch sagen, das, genau, wir können den Return Type von der Funktion auch definieren. Und wenn wir ein Float reingeben und das mit einem Random Wert multiplizieren, kommt da ja auf jeden Fall auch wieder ein Float raus. Dann könnte ich sagen, MyResult ist gleich das und das. Und dann würde der Type Checker halt erkennen, dass MyResult ein Float sein wird. Also hier wird das auch schon, ja, vorgeschlagen oder grafisch angegeben. Dabei muss man jetzt aber beachten, wie gesagt, man kann ein ganzes Video über Type Annotations machen. Das sind keine expliziten Typenangaben. Ihr könnt da immer noch den String reingeben. Das hier ist immer noch ein Python-Code, der ausgeführt werden kann. Rein theoretisch, ja, auch wenn das jetzt an der Stelle keinen Sinn ergibt. Dafür könnten wir aber mal kurz die Runt-In-Funktion nehmen und die müsste ich kurz zu einem Int-Casten. Und dann könnte die Funktion wiederum ein String return, weil ein String multipliziert mit einer Zahl ist der String ja konkateniert. Das heißt, jetzt sollte das funktionieren. Ah, wir müssen jetzt eine Zahl übergeben. Machen wir mal von 0 bis 5. Und jetzt hätte das funktioniert. Also was ich damit sagen will, diese Type Annotations, sagen nicht, das muss auf jeden Fall ein Float sein, weil Python hat ja diese explizite Typenangabe gar nicht, sondern das ist nur eine Art Dokumentation. Aber dieses Tool MyPy schaut sich diese Art Dokumentation an und analysiert dann, ob das hier so funktioniert, was ihr vorhabt. Also dafür ist das Tool da. Wie gesagt, man kann hier trotzdem ein String reingeben, auch wenn jetzt hier Float steht. Ja, das sind so die wichtigsten Tools in Python. Das Video ist schon relativ lang geworden, aber das wollte ich euch mal gezeigt haben. Dann nochmal zu guter Letzt, wenn ihr euch mit Python weiterbilden wollt oder generell etwas lernen wollt in der Programmierung, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich ein paar Links zu meinen Udemy-Kursen hinterlegt, wo ich euch genauso Sachen erkläre. Ja, natürlich länger als nur in 20 Minuten Videos. Das war jetzt das alles kurz zusammengefasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was heute rein. Ciao.